Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.250 US-Dollar. Wir sind hier gerade in einem Continuation-Pattern momentan, aber es hat sich grundlegend an der ganzen Phase, die wir zuletzt am Freitag besprochen haben, nichts geändert. Deswegen gab es jetzt auch die letzten zwei Tage kein Update-Videos. Ich war sowieso nicht fit. Vielen, vielen Dank nochmal für eure ganzen Genesungswünsche. Ist gut angekommen, wie gesagt. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber es geht bergauf. Ja, und wie gesagt, die letzten zwei Tage hat sich echt wenig getan. Ich habe gestern nochmal so ein kleines Update in der Telegram-Gruppe dazugelassen. Einfach, auf was ich weiterhin achte, beziehungsweise von was ich weiterhin ausgehe. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir immer noch in Richtung 30.000 US-Dollar vorstoßen. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 28.250 US-Dollar. Ich habe hier schon mal das Symmetrical Triangle eingezeichnet. Wenn ihr wisst, ich bin kein möglicher Pattern-Freund. Nur hier passt es gerade wie Arsch auf einmal, wenn man das so ganz ehrlich mal sagen darf. Zumindest gefällt es mir relativ gut. Ich habe, wie gesagt, gestern in der Telegram-Gruppe noch gesagt, ich bleibe weiterhin long. Das war auch dann hier so ungefähr der Entry. Die 27.9 läuft momentan mit Stop-Loss Entry, beziehungsweise unter diesem Tief knapp darunter. Ich gehe, wie gesagt, weiterhin davon aus, dass wir zumindest nochmal diese Hochs hier oben bei den 29.200 US-Dollar rausnehmen. Wichtige Daten, vor allem am Mittwoch haben wir Inflationsdaten in den USA. Das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass da nochmal ordentlich Bewegung in die Märkte dann reinkommt. Also da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Bis dahin kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir, wie gesagt, noch Richtung 30.000 US-Dollar vorstoßen könnten. Preisziel, um einfach mal von diesem Pattern jetzt auszugehen, sollten wir hier bullisch nach oben hin ausbrechen, würde bei ungefähr 31.000 US-Dollar liegen. Also genau in unserer Zone zwischen 30.000 und 32.000 US-Dollar. Und danach rechne ich ganz ehrlich mit einem Abverkauf. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier beim ersten Anschlag direkt durchbrechen, sondern weiterhin eher von der Phase, dass wir hier nochmal runtergehen in das Golden Pocket, beziehungsweise in die 25.000 US-Dollar-Region. Wir können mal einfach jetzt gerade das FIP-Level dazu ziehen, vom Abverkauf bis zum potenziellen Preis. Denn da seht ihr auch, okay, Golden Pocket würde hier bei knapp 24.000 US-Dollar liegen. Ist nicht weit entfernt von unseren 25k, wo unser Key-Level ja ist, wo wir davor zumindest riesige Probleme hatten und jetzt als Support bestätigen könnten. Also das behalte ich weiterhin auf jeden Fall im Blick. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal noch long eingestellt, zumindest jetzt bis Mittwoch. Mittwoch wird dann interessant werden, wie die Inflationsdaten ausfallen. Und ja, heute sowieso denke ich noch ein bisschen ruhiger. Asien müsste aber wieder aufhaben, so viel ich weiß. Also da könnte ein bisschen Bewegung drohen, ansonsten hat ziemlich vieles auf jeden Fall noch Feiertag. Also die Umsätze an sich oder die Bewegungen sollten nicht zu dramatisch hoch sein. Dann sind ja auch noch ein paar andere Sachen passiert, wo ich auch in der Telegram-Gruppe, und zwar gibt es ein bisschen Rumors, Apple will buy a big of Bitcoin. Finde ich ein bisschen lustig, aber ganz ehrlich, ich habe es schon viel, viel öfters auf Twitter die letzten Tage immer mal wieder gesehen, dass da wirklich ein bisschen so Rumors durchgehen, also halt Gerüchte. Aber ganz ehrlich, bis das nicht offiziell ist, glaube ich das erste Mal noch nicht wirklich dran. Man muss aber dazu sagen, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen angucken, wir sind momentan bei 28.000 US-Dollar. Erinnert euch mal, wann Tesla damals gekauft hat, auch so um den Dreh 28 bis 30k. Wer das noch weiß damals, war so ziemlich nochmal der Start zum Bullrun. Aber ich glaube, die zweite Etappe zum Bullrun, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, vielleicht zieht Apple nach. Aber gut, dafür ist es wie gesagt noch ein bisschen zu früh. An sich hat sich aber, jetzt mal vom Pattern abhängig zu machen, hat sich nichts geändert. Wir haben so einen kleinen Abtrend durch eben dieses Pattern hier gebildet. Übergeordnet, Seitwärtsphase. Sobald wir hier ein Level nach oben oder nach unten dauerhaft durchbrechen, wissen wir, wo die Richtung hingeht. Ich bin jetzt nur mal long gegangen, weil ich einfach eher von bullischen Kursen nochmal ausgehe. Aber wie gesagt, sehr, sehr risky, bevor wir hier nicht irgendwie neue Impulse oder bullische Impulse nach oben oder nach unten hinbekommen. RSI hat sich ein bisschen korrigiert. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily Time frame, beziehungsweise können uns auch mal Weekly Close angucken, wie der war. War jetzt auch nicht wirklich bullish, nicht wirklich bearish. Also ziemlich auf dem Niveau von letzter Woche. Also auch hier keine signifikanten Änderungen. Wir haben das hoch nicht abgegriffen. Das würde dann ein bisschen bearischer gewesen sein. Aber momentan, wie gesagt, ist da überhaupt nichts bearishes dran. Also wir sind übergeordnet weiterhin eben in dieser Seitwärtsphase. Es gibt hier nicht wirklich viel Neues. Deswegen die letzten zwei Tage hätte es sich sowieso nicht gelohnt, irgendwelche Videos zu machen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn hier aus? Hier hat sich im Endeffekt auch überhaupt nichts getan. Das Wichtigste war und das ist ziemlich eingetroffen. Da sage ich jetzt einfach mal die Bestätigung nach unten hin auf diese ehemalige Resistance Zone, die wir vorher hatten. Die haben wir bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal den ehemaligen Resistance Bereich als Support wiederum bestätigt. Trotzdem, ich bleibe hier oder nehme hier erstmal Abstand von irgendwelchen Long-Positionen, weil Ethereum mir nicht so wirklich gefällt. Und ich glaube, das Shanghai-Update ist es, kommt ja jetzt auch langsam, aber sicher, was dann auch wieder für deutlich mehr Bewegung sorgen könnte. Ich glaube, da werden ein Haufen gelockter Ethereum dann wieder freigegeben. Das könnte dann für ordentlich Trubel sorgen. Deswegen halte ich mich momentan ein bisschen von Ethereum fern. Wir können mal gucken, wo jetzt der Bounce hier war in diesem Level. Ziehen wir das FIP dazu, sehen wir auch, okay, perfekt ins Golden Pocket. Das Level muss halten. Wichtig ist dann jetzt auf jeden Fall ein höheres Hoch über 1.872 US-Dollar zu kriegen. Kriegen wir hier das Hoch drüber, ist es bullisch, dass wir hier zumindest die 1.943, also das Hoch hier oben nochmal abgreifen können. Beziehungsweise sogar in Richtung 2.000 US-Dollar einfach wegen der psychologisch wichtigen Marke einfach nochmal angreifen könnten. Ja, das war es eigentlich so ein bisschen zu Bitcoin und Ethereum. Ihr seht, es tut sich einfach momentan gar nichts. Es lohnt sich nicht, wirklich ewig lange Videos zu machen. Auch Altcoin-Updates oder so, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, schreibt es unten gerne rein. Ich gucke mir die gerne an im Laufe der Woche. Aber auch hier ist es momentan echt schwer, irgendwelche geeigneten Setups zu finden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ganz kurz rüber zu den News. Bitcoin Mining mit erneutem Rekord hoch. Da tut sich die ganze Zeit was. Ich glaube, da können wir jede Woche drüber berichten. Jede Woche kommt neuer Mining-Rekord oder neue Host bei der Hashrate, was weiß ich was. Und gleichzeitig USA-Gesetzesentwurf zum Schutz von Bitcoin Mining. Das Repräsentantenhaus der Bundesstaaten erkennt es bestehend aus Senat und Repräsentantenhaus. Ein Gesetzesentwurf zum Schutz des Bitcoin Minings in diesem Bundesstaat verabschiedet und an den Gouverneur geschickt. Also da tut sich was, auch wenn die USA momentan für mich ziemlich am Arsch sind. Vor allem, was dazu auch noch ein bisschen passt. Ich habe es hier gestern in der Telegram-Gruppe geteilt. Politico berichtet, dass Frankreichs Präsident Macron gesagt hat, dass Europa seine Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten in Bezug auf Waffen, Energie und Ex-Territorialität des US-Dollars verringern muss. Sehr, sehr gute Aussage. Bin gespannt, wann die USA da einmarschieren. Nee, Spaß. Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht auf jeden Fall. Das sind so die wichtigsten News die letzten Tage gewesen. Eventuell gibt es später noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Schaue ich mal, ob ich fit genug bin. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Updates gibt, werde ich euch Bescheid geben oder auch irgendwelche Trade-Updates. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Oster-Montag in die Runde. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Steak. Steak.